So, der Discord King, Folge 99, ich glaub's ja nicht. Buddha, let's go, nenne uns deine Top 5 Game Boy oder Game Boy Advance Spiele. Puh, äh, Pokémon, wobei da natürlich verschiedene Editionen, ich hab gelb, rot und blau gespielt, ähm, Mario Kart, Tetris, äh, Bomberman und, ja, von Mario gibt's da super viele, in der Super Mario Brothers, Mario Land, Vario Land und, ähm, ja, genau so. Top 5 Freizeitparks, in denen du schon mal warst. Ich war tatsächlich nur im Heidepark Soltau, im Hansapark, ähm, Vogelpark Walzrode, ähm, Hagenbecks Tierpark und wie heißt der noch im, wie heißt dieser Tierpark in Romode? Ja, genau, Top 3 Biersorten, Buddha, mal ganz im Ernst, also V+, V+, und, äh, V+. Also Biersorten, kein Scheiß, äh, Corona, ähm, ich geh ja tatsächlich mehr so nach, nach optischen Flaschen, ne? Äh, Heineken und... Paola Hanna. Top 5 Streamer, haha, oh Gott. Ja gut, ehrlich und transparent, ne? Top 5, Valle Gaming, Radler Auge, inklusive mir eigentlich, den müsste ich natürlich mich an erster Stelle nehmen. Also, Valle Radler, äh, ja, mach nicht diesen, muss ich ja so oder so sagen, oder? Nein, aber, ähm, da wo ich, äh, natürlich am meisten bin, äh, Further und Desmond. Wobei, Top 5 reicht nicht. Und die, die ich jetzt gesagt habe, ne, das geht jetzt nicht nach, äh, Sympathie oder, oder irgendwas anderes, ne? Also ich habe einfach drauf losgeredet. Ja, weil ich habe ja andere zum Beispiel auch auf 3. Der müsste dann ja eher auf... Platz 84. So, ähm, Top 5 Disney-Charaktere. Ach, du Heiliger. Ich müsste jetzt erstmal überlegen, wer, wer ist denn... Also Disney ist ja, Disney ist ja gefühlt jetzt auch, auch alles andere, ne? Rufi, Mickey Mouse, Minnie. Und wie heißen die denn alle? Sind nicht Susi und Streuch auch Disney-Charaktere? Ja, die sind süß. Oder wie lange geht die Folge jetzt eigentlich? Das kann ja nicht angehen, dass sie jetzt immer so kurz sind. Da, 2.36. Was, also irgendwas läuft ja verkehrt. Die letzten beiden Folgen auch schon so scheint. Leute, ihr müsst mal hier... Ich brauche diepe Fragen. Tiefgründige Fragen. Das kann ja nicht sein, dass er schon wieder... Ne. Frech. Wobei... Warte mal, hier steht zum Beispiel in den... Hier steht Buddha Nummer 99 und dann schreibt Dings... Ach so, du hast sie aufgesplittet. Ah, ich verstehe. Okay, alles klar. Folge 99. So, jetzt gibt es gleich Folge 100. Bis morgen.